Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal wieder, wieder, wieder um den Smart Meter Rollout gehen. Dieses Video nehme ich gerade am 21. Dezember 2019 auf und wie ihr vielleicht schon wisst, ist zwei Tage vorher am 19. Dezember 2019 endlich, endlich, endlich die große Nachricht gekommen. Wir haben den dritten zertifizierten Hersteller von intelligenten Messsystemen von Smart Meter Gateways zertifiziert bekommen vom BSI, vom Bundesanfassigerte in der Informationstechnik. Warum ist das interessant? Ich zitiere dafür mal § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes, welches im Jahr 2016 in Kraft getreten ist. Wir kommen gleich nochmal dazu, warum es wichtig ist, dass das 2016 bereits in Kraft getreten war. Und zwar § 30, technische Möglichkeit des Einbaus von intelligenten Messsystemen, sagt, die Ausstattung von Messstellen mit einem intelligenten Messsystem nach § 29. Da wird beschrieben, dass alle Verbraucher über 6000 Kilowattstunden gezwungenermaßen so ein intelligentes Messsystem bekommen und alle drunter bekommen das optional. Das ist dann technisch möglich, wenn mindestens drei voneinander unabhängige Unternehmen intelligente Messsysteme am Markt anbieten, die den am Einsatzbereich des Smart Meter Gateways orientierten Vorgaben des § 24 Absatz 1 genügen und das Bundesanfassigerte in der Informationstechnik, BSI, dies feststellt. Wichtig, die Feststellung nach Satz 1 sowie erforderliche Marktanalysen stellt das BSI auf seinen Internetseiten bereit. Das ist bsi.bund.de. Warum ist das wichtig? Dass diese Erklärung, diese Feststellung der drei Hersteller geschehen muss. Wir haben zwar am 19. Dezember die dritte Zertifizierung bekommen. Der dritte Hersteller ist jetzt zertifiziert. Das heißt, der verpflichtende Rollout von Smart Metern kann jetzt prinzipiell beginnen, theoretisch. Denn die Erklärung, diese Feststellung, dass es drei gibt, ist noch nicht erfolgt. Das erfolgt jetzt erst im Januar. Das heißt, das Möchte-Betriebsgesetz, was Ende 2016 in Kraft getreten ist, hatte ja beschrieben, hey, Smart Meter Rollout beginnt, dann demnächst mal. Dann haben wir im Jahr 2017 so drauf gewartet und er kam nicht. Wir haben bis 2017 nicht mal einen einzigen zertifizierten Hersteller gehabt. Dann haben wir gedacht, okay, 2018 wird das was, sofort keine Probleme. 2018 geht's los. Dann ist 2018 so vergangen und wir hatten immer noch keinen einzigen zertifizierten Hersteller. Dann kam 2019 und im Januar, wenn nicht sogar schon im Dezember 2018, ich glaube, es war im Januar 2019, kam dann die Info, hey, PPC, Power Plus Communication, ist der erste zertifizierte Hersteller von einem intelligenten Messsystem, also der modernen Messinrichtung, dem eigentlichen Smart Meter, zusammen mit einem Smart Meter Gateway. Das heißt, einer, einer von dreien war Anfang dieses Jahres dann fertig und zertifiziert. Dann hat es nochmal einige Monate gedauert, ich glaube, im September war es dann der zweite. Das war dann Sagemcom Dr. Neuhaus, die mit einem Gerät zertifiziert worden sind. Dann hatten wir zwei, zwei von drei. Wir haben gedacht, okay, jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern. Der dritte muss ja jetzt kommen und jetzt haben wir schon Dezember gehabt. Und man hörte aber, ja, es soll noch Ende des Jahres passieren, aber dann kam Weihnachten immer näher und wir dachten uns, was ist denn jetzt so los? Kommt der dritte Hersteller? Und dann kamen so die Gerüchte im Laufe der letzten Woche, ja, steht unmittelbar bevor und es ist jetzt passiert. EMH Metering ist der dritte zertifizierte Hersteller, der eben jetzt in dieser Woche sein Zertifikat überreicht bekommen hat vom Präsidenten des BSI. Aber diese Markterklärung, die Feststellung, dass es diese drei gibt und ab dem Moment der Beginn des verpflichtenden Rollouts, ab dem Moment die Zählung von Quoten, von Zeiträumen, in denen dann die Pflichteinbauten geschehen müssen, ist noch nicht da. Das kommt erst im Januar. Das heißt, es können nochmal alle halbwegs entspannt Weihnachten genießen, Neujahr genießen und in das neue Jahr starten und dann kommt irgendwann im Laufe des Januars die Markterklärung des BSI zusammen wahrscheinlich auch direkt mit einer Marktanalyse, in der dann die aktuelle Situation weiter dargestellt wird. Gleichzeitig ist es wohl auch so, dass die nächsten Hersteller auch unmittelbar vor der Zertifizierung stehen. Das heißt, im Januar haben wir dann vielleicht auch schon den vierten und dann gibt es auch tatsächlich eine gewisse Auswahl am Markt. Heißt aber auch, wir stehen jetzt tatsächlich endlich unmittelbar vor dem Smart Meter Rollout. Die intelligenten Messsysteme kommen jetzt auch tatsächlich. Ich habe in einigen anderen Videos schon mal ein bisschen beschrieben, was dahinter steckt, was da jetzt so passieren wird mit Energiedaten und so weiter. Kurz gesagt, wir werden für die großen Verbraucher ab 6000 Kilowattstunden echte Viertelstundenwerte haben, also für die, die 15 Minuten eine Energiemenge live gemessen haben. Die wird bei vielen trotzdem nur einmal im Jahr wirklich ausgelesen. Aber wir haben zumindest die theoretische Möglichkeit, einen mehr oder weniger Echtzeitenergieverbrauch sehen zu können und es zumindest für die Zukunft in die Prognose übernehmen zu können für die Bilanzkreisbewirtschaftung, für den Energiehandel. Da ist es super wichtig. Und natürlich ist der Smart Meter auch die Grundlage, die infrastrukturelle Grundlage für weitere tolle Dinge im Sinne von Controllable Local Systems, CLS. Das ist die Abkürzung, die ihr da auch oft lesen werdet. Denn der Smart Meter könnte die infrastrukturelle Grundlage für Smart Home Infrastrukturen sein. Warten wir uns mal ab, ob es das vielleicht sein wird. Und jedenfalls haben wir jetzt die drei Hersteller. Die Markterklärung steht noch aus, kommt wahrscheinlich im Januar 2020. Und dann geht es los. Wir haben dann endlich richtige Smart Meter am Markt. Dann beginnen die Laufzeiten, die Fristen für die zu erfüllenden Quoten. Innerhalb von drei Jahren müssen 10% der geforderten Mengen am Markt sein. Und dann gibt es, glaube ich, acht oder zehn Jahre, bis 90, 95% erreicht sein müssen. Also, das geht dann auch relativ schnell. Wir werden wahrscheinlich innerhalb des ersten Jahres schon eine sechsstellige Anzahl, wenn nicht sogar schon eine siebenstellige Anzahl von Geräten am Markt haben. Das wird super spannend. Endlich geht es los. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ansonsten liked dieses Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.